Wir sind hier auf dem CAFO-Stand und unter dem Motto INSPIRING YOU zeigen wir Ihnen hier unsere neuen Produkte. Ich stelle Ihnen heute die neue CAFO MasterTalk Turbine vor, die zum einen mit der Direct-Stop-Technologie ein aktives Bremssystem hat, das den Bohrer innerhalb von einer Sekunde stoppt. Hier sieht man jetzt richtig schön, wie im Auslauf Unterdruck aufgebaut wird in den herkömmlichen Turbinen-Kopf. Bei der MasterTalk sieht man eindeutig, nachdem sie ausgeschaltet wird, man sieht kein Licht mehr, haben wir null Rücksaugung, dadurch wirklich ein Hygiene-Plus. Wir präsentieren heute das QuattroCareClean. Das QuattroCareClean ist ein Pflege- und Reinigungsgerät, RKI-konform. Es reinigt, validiert innen und pflegt gleichzeitig die Instrumente in einem Arbeitsgang. Das QuattroCareClean hat den Vorteil, dass es vier Instrumente auf einmal pflegen und reinigen kann und darüber hinaus haben wir die Möglichkeit chirurgische Instrumente zu reinigen und zu pflegen, sowie auch ZDG-Spitz. Wir präsentieren hier das Produkt Diagnocam. Diagnocam ist eine Karies-Detektionskamera, die ohne Röntgenstrahlen Karies anzeigen und diagnostizieren kann. Die neue Kamera funktioniert eigentlich nur mit Licht. Das heißt, wir benutzen den Zahn als Lichtleiter und dort, wo der Zahn unterbrochen ist, da entsteht sozusagen ein dunkler Fleck und das zeigt uns dann eine Karies. Sicherlich das Wichtigste ist, dass wir damit zum ersten Mal ein Gerät haben, was approximately Karies zeigen kann, das äquivalent zu Röntgenaufnahmen ist. Ohne Röntgenaufnahmen, ohne strahlende Belastung, den Patienten dazu sozusagen zuzuführen.